ARD Text im Auftrag von Funk Jungs, lass uns ohne Tutorial wieder reingehen, oder? Jajajaja Wir werden am Anfang so weit kommen, den Geist zu verändern, wenn wir auf den Ultra ausführen Digga, wie groß ist sein Code! Ja okay, nee. Kiss! Ich habe sehr Angst! Ich will das alles nicht mehr! Jetzt hören wir keinen Bock mehr.. Oh! Die Mausen finden ich keinen.. Uff! Wie will ich das jetzt? Warte bei! Oh, ich schriech ... Warum seht mein eigenes Monus nicht? Was soll das? Jungs, ich hab die Bombe!! Oh, ich hab ne Kamera! Lukas ist der Held, Alter. Was ist das hier? Das ist einfach... Alter, Lukas, was zu hören. Ey, guck, wir haben ne Aufgabe geschafft, wir haben ne Aufgabe geschafft. Was, was, was? Lukas, du bist der Beste. Er ist doch der Beste. Wie viel hast du das gemacht? Und er geht vor. Alter... Verpiss dich. Er hat vier, 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 vier... Okay. Oh, was? Was? Haha, er ist weg, du bist der Beste. In den Hintergrund, Jungs. Dicker, Dicker, was? Oop! Ey, du warst so... Jungs, ein Keller oder was? Er hat mir was getan, was? Warte, der Fernseher ist angingang, Jungs. Aber hier ist übel warm, für uns war es nicht krass, hier ist der Gamer. Wo bist du? Digga, meine Hose war so richtig warm, Alter. Kannst du mit uns sprechen? Was ist dein Name? Indie, 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 Indie. Green! Green! Was ist dein Problem, Green? Wie geht der eigentlich auch mit? Du merkst, wie du... Alter, was ist denn hier? He got the milk, he's my dad! Ich hab so eine Kamera, Jungs! Das wird ein neues Prank. Hey, Junge, lass mal los. Ich bin so weg. Wo ist er? Wo ist Fabio? Jungs, Jungs, wo seid ihr? Jungs, ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo. Hallo. Hier ist ein Spiegel. Ich kann jetzt den Geist sehen, wo er ist. Oder was? Was? Hey, warte mal. Wo ist... Lukas? Aua. Oh, oh. Wieder alleine. Jungs, zu seid ihr. Jungs, wo seid ihr? Oh, zu seid ihr. Alter Schwede. Oh. Oh, bin... Wo bin ich denn? Hallo, Sabi. Wie bist du? Ähm, ähm. Lukas? Äh, ist Jül? Ich bin schon. Oh, nicht schon wieder. Aaaaah. Jungs, ihr mit eurer Taschenlampe geht. Wo seid ihr? Oh. Ach, scheiße, ich bin tot. Hallo. Leute. Ich wäre gerade so angeklistert. Hallo. Lügt doch mal mit uns. Ich bin jetzt tot. Was? Da liegt einer. Ich hab sonst Fabio. What the fuck? Wo? Wo seid ihr? Ach, hier seid ihr. Oh. Warum werde ich halt addressen, dass irgendwie Fabio gerade gestorben ist oder so? Fabio ist tot. Ja, Fabio ist... Er hat sich Kopfhaut. Also, haben wir irgendeinen... Irgendwas bisher? Also, ich glaub halt, dass... Luigi... Alter. Ui... Luigi... Luigi Board hat sich... Äh... halt einen random Weg zu... Aber, keine Ahnung. Warum? Die scheiß Tür, halt. Alter. Oh nein, er lagt. Das... War gut. Okay, jetzt. Das ist so interessant... Oh, 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 oh.... Ja, auf jeden Fall oben! Fabio! Nein, Fabio. Ach, Scheiß, Gott... Oh, fuck! Lecker! Du kommst mich nicht... Du bist raus, du bist raus. Lass uns sofort erstmal collecten, wenn wir draußen so... Scheiße, nicht? Die war da hinten gerade... Ich weiß nicht, wir sind jetzt zwei Leute schon tot, also... Ja, wir schaffen das. Bis zum letzten Mann. Easy. Ah, guck mal, die ist... Ja, hat uns die Tür geöffnet, ey. Leck mich doch am Arsch! Fucking hell. Hey, y'all, eine Pizza hier! Also... Tobi... Ey, ich bin nicht mehr... Jungs, ich weiß nicht, ich hau immer ab, boah. Er wird durchgezogen, der Bastard. Ich hab ihn mir noch nie in meinem Leben so weit eingeschissen. Glückwunsch, Aufgaben, ja? Wir sollen ein Foto machen. Mach ein Foto von einem Freund, der von einem Geister gezogen wird. Das kriegen wir hin. Lass erstmal den Keller gehen, Keller ist cool. Ja, oder? Oh! Was bist du, Alter? Holy shit! Wuuu! Alter, du, mach mal was laut. Ja, und der ist echt freundlich, der in der Ketschens gar nicht wegkrieger ist. Oh, Jungs! Jesus fucking Christ! Hallo! Alles gut? Alles gut? Alles gut? Ich sag's dir, was du nie gesagt hast, ey. Ich lege noch gar nicht mehr zu. Nein, Tobi! Aber ich... 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 Was geht denn hier für... Was geht denn hier für... Was geht denn hier für den Film? Der Geist gerade unten. Oh, weißt du das? Achso, Spiegel. Warte, wenn er unten ist, passt er bestimmt gerade Fußabdrücke, oder? Was? Das war wieder raus, wenn ich... Ach, eigentlich ist es wieder für Füße, ja. Wenn er mich nochmal kriegt... Boah, da Meatballs, hm. Die hat dieses Füße, Alter, weiß. Nice. Irgendwer muss die Wasser hin und zu sein, unten und irgendwie oben. Tobi, was warst du mit dem grün-blauen? Alter! Okay, ich geh hier hoch. Wir sprinten in drei, zwei, eins, rein da! Aber, wie muss ich denn vielleicht sagen? Ja. Nein! Nein! Danke! Danke, danke, danke! Holy shit! Okay, Erik, wir müssen es feiern. Wir müssen es so schnell feiern! Okay, raus, 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 raus! Ben, 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 Ben! Was ist jetzt? Deine... Lukas hat mich so gesaved! Was zur Hölle? Ich hoffe, jetzt ist alle in irgendeiner Ecke. Na, warten wir. Wie hoffst du mich dann an, wenn ich schon angegriffen werde? Lukas, rennst du mich dann? Nee, Digga. Den benutzt den Krebs für uns auch. Ernst ehrlich? Das Rocker-Jans-Müse-Star ist und mehr aus dem Angebot sein. Hier kommt rein jetzt hier hin. Oh, was ist hinter hier? Oh, oh! Hier ist Holy Salt. Oh, hier links! Let's go! Oh! 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 Oh, das war ein Trip, Junge. Ich bin schwach, das macht das nicht mehr traurig Jungs, jetzt geht's in die Schule Nicht in die Sprache Das kriegen wir so'n Emo-Geister, der sich in der Schule aufgehängt hat Tschüss, 15 Grad draußen Schöne, angenehme Temperatur für die Nacht Eine schöne Sommernacht Also, was tun denn da? Naja, wolltest du mich erschrecken, oder? Naja Es gibt Hilfe! Oh mein Gott, Alter Hallo Der Geisterpilz ist in den Raum Eeeh Woah Toll gemacht Was? Stille Ey, da war's grad, da war's grad, das ist hässlich Was? Es ist klein und kacke, das war ich grad gut Warum da ist es? Es ist klein und hässlich Es ist klein und hässlich Auch neeeh Woah, ich hab dich hier im Kämme Wir müssen mal raus, Alter, wir müssen hier mal raus SIREN 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 Oh, da rennt Ja, da ist er Ey, es werden so rennt Natürlich wirst du in der Schule gemobbt und bis hier so hoch ist der Sturm Child Are you worse than a wave? A child Das kommt Ja, 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 werfen wir was drauf Werfen wir was drauf Ja, mach ich schon Äh Ey, Lukas Oh Ey, Lukas, ich schwöre, ich habe Ich habe alles auf dem geworfen Was ich hatte an Zeug, was gegen den helfen soll Aber es hat einfach nichts gebracht Ja, musst du linksklick werfen Was ist das? Jungs, Pizza Oh Alter Die schöne Mietler was mit Käse drin Hips ist ein Sack Hilfe Hilfe Okay, ich habe auch schon mal Fußspuren halten Oh Ich habe einmal aus drei Füße gesagt Hört mal, warum habe ich keinen Schatten? Wir sind selber Geister auf Plotwist Alter Ja, ich will doch Nuss dich da machen Komm, ich will den Weg, wie findest du? Nimm Derrick, nicht mich Fick dich mit Zorbi nein Jungs Hä? Könnt ihr mich bitte suchen, ich bin gar nichts denn Ich bin keine Ahnung wo còn Britt ist Ah, er ist um die Ecke Nennen Nennennennennennennennennennenn ARRILLY Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Habt ihr einein gekühlt? Ja, ja, ist kein Witz Hier läuft ja Das ist viel zu kosten Ja, schau doch eigentlich War mir safe nach oben? Hier ist er, passt doch gar nicht, das hab ich grad so gestaust War hier Es ist erst einer gestorben, dann ist mir so ok Aber warum sind dann zwei noch direkt gestorben? Wir wollten halt Wir wollten aus dem Raum gehen, er hat aber auf uns gecampt. Ich hab das beobachtet, weil ich war ja als erstes tot. Ich hab übrigens fast den ganzen Tag bekommen. Aber ich konnte das ganz beobachten. Der Geist hat irgendwie 300 IQ. Der hat euch die ganze Zeit outplayed. Der war immer wo wir waren. War ja außerhalb des Raums. Irgendwie an der Decke oder so. Und hat auf euch gecampt. Das ist schon cool. Sehr nice. Macht euch Spaß. Wollen wir uns noch zurückerstellen? Bis zum nächsten Mal.